Ahoi, hallo und servus! Heute aus dem alten Fritz im schönen Rostock. Weihnachtsfeier ist, und soll ich euch was sagen? Wir haben eine Überraschung für euch! Unser neues Tourfahrzeug ist da! Wo sind denn meine Jungs? Ah! Hier sind sie! Ah! Jungs, unser Tourfahrzeug ist da! Wir brauchen keinen Bus mehr! Nein, wir brauchen keinen Bus mehr! Was haben wir denn? Ein ganz tolles... Ta-ta! Die neue Matrosen-Lederhose! Harley! Gesponsert von... Oh, das steht ja dran! Keine Hängerkupplung? Da kümmern wir uns doch drum! Tschüss, bis zum nächsten Mal!